Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Wir gucken kurz auf die Tabelle, sehen, dass wir momentan auf Platz 3 sind, was total toll ist. Ja, weil wir so toll waren, es ging wohl Dortmund. Gucken wir kurz in den Chat rein, Meier, ich habe gesagt, okay, klar, das ist klar. Jetzt tut es eigentlich schon wieder was weh. So, ja, kein Problem. Ich weiß, wie wichtig du an den Truppen bist, ja. Genau. Ja, ähm, wollen wir kurz eben mal schauen, wie die DFB-Pokalspiele ausgegangen sind. Bochum-Düsseldorf 1-2, Augsburg-Freiburg 2-2, äh, 2-1, genau, Union-Stuttgart 1-2, Ingolstadt-Leipzig 4-4, 4-3 gewinnt der RB nach Elfmeterschießen, schade. Gladbach 60-2-1, Magdeburg verliert gegen Dortmund noch mit 1-2, auch schade irgendwo. Hätte ich gerne gehabt, dass die Magdeburger das Ding noch irgendwie behalten, dass sie dann noch weiterkommen gegen den Titelverteidiger. Der wäre nämlich in Runde 2 dann weg gewesen. Schalke-Fehl 3-0, das freut mich besonders. Äh, Oldenburg 2-5, das haben wir ja gesehen, das ist, äh, gegen Bayreuth. Für Deutschland-Kehl 1-0 und dann haben wir noch Bayern-Hoffenheim, Frankfurt-Hamburg, Halle gegen Köln, Herthal Bremen, Leverkusen-Heidenheim, Arminia Bielefeld gegen Mainz und Freiburg-Volzburg. So, das sind die noch ausstehenden Partien. Und, äh, ja, wir machen heute weiter mit dem Duell gegen Mitaussteiger SC Freiburg. Wir kriegen ja Turniergeld von 200. Ähm, ich muss mal gerade kurz, kurz verliegen. So, sorry, das war Arbeit, das war wichtig. So, jetzt geht's weiter auf jeden Fall mit dem zweiten Teil. Ah, quasi, ich baue die Folgen ja eh zusammen. Ja, weiter geht's heute gegen Freiburg. Heute sehen wir das Spiel auch. Wenn jetzt nichts mehr dramatisch wirklich passiert. Ja, es ist manchmal so, dass man auch mal als Handy gehen muss, ähm, ich meine, es war nichts Wildes. Es ist halt nur ein Kollege gewesen, der ja auch was wissen wollte. Aber es hat ja wichtiger sein können. Und es gibt Dinge, die sind wichtiger als das Aufnehmen und das Zocken. Das hoffe ich, dass er mir das bei richtig kriegt. So, also ich fette kurz nur vorher auf der Bank lassen. Nicht, äh, weil er schlecht gespielt hat oder sonst irgendwas, sondern damit er zu 100% fit ist im nächsten Duell dann. Jetzt geht's, wie gesagt, gegen den SC. Freiburg. Letzte Saison in Freiburg verloren. Und zu Hause in Freiburg gewonnen. Ja, schade. Oh, oh, der geht drüber. Egal, komm, sei es drauf. Ja, wie gesagt, wir haben eine Rechnung noch auf mit dem heutigen Gegner und zwar hier in diesem Stadion. Haben wir letzten Saison mit 1 zu 2 verloren in der letzten Sekunde. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Na ja, mal gucken. Ich möchte zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. An dem Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfus und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Hier wurde ich ja selber haben wollte. Und heute übertragen wir uns. Und heute übertragen wir uns. Runde einziehen. Ja, Quatsch, wir sind uns einziehen. Ja, das haben wir ja geschafft. Nein, wir haben... Wir wollen heute hier uns weiter ein bisschen oben festsetzen. So ist der Plan eigentlich an der Sache. Und wie gesagt, unsere kleine Rechnung hier mit dem SC Freiburg noch aus der letzten Saison begleichen. Das könnte gefährlich werden. Nur das ist das heute etwas andere Mannschaft ist, als sie hier zusammen war. Aber dann wird doch nichts aus. Die Situation gefahrbereinigt. Oder klopft. Das gibt ein Wurf. Ja, war mir klar, dass er dazu muss. Die Gäste sind auf dem Augenblick. Die Mannschaft mit der besten Offensive. Wenn du mit dem besten Sturm in so ein Auswärtsspiel gehst, dann ist natürlich immer die Frage, wie gehst du das an? Setzt du auf die Offensive? Agierst du eher zurückhalten? Das ist dann nicht. Mit. 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 Und Ulrich, der gut aufpasst, aber dann den Vepaar spielt, weil Zukowski sagt, das ist meiner. Gregoritsch. Jonathan Schmid. Das macht er sehr gut. Sehr gut. Aufgepassen. Meier. Ja, Nouveau wird heute fehlen. Der wird vielleicht höchstens zur Pause mal kommen, aber der ist halt nicht zu 100% fit. Dementsprechend bedeutet, da wollte ich nicht spielen. Gregoritsch ist durch und da ist es ein Riesenschutz für Freiburg. Das war eine Riesenschance. Da hatten sie ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Es gibt eine Treffer im Stadion an der alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Ja, da hat er doch. Schau doch. Nein! Du musst nur den Fuß ein, Alter. Das ist das 1-0 für uns. Da passt der Klasse auch. Ohne Poff. Der das gut macht. Und die Welt. So, Hecker für uns. Da kommt der Sterner für Leibach. Mal gucken wir mal, hier geht's die Ecke. Ja! Julia Fischer. Die Fans legen sich in den Arm, die Spieler legen sich in den Arm. So hatten sie sich das vorgestellt. Der Rechtsverteidiger mit dem 1-zu-0. Oder wie soll sie mit dem 0-2-1. Schau doch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich. Kann sich da von seinem Kollegen lösen. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Und dann macht er das Tor. So, Fakt ist, das ist das 1-0. Das war der kurze Blick auf den anderen Platz, den wir leider unterbrechen mussten. Tor also. Tor geht vor. Sie führen uns mit 1-zu-0. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Ja, starten wir mal. Lieder ist super. Ich habe gekochte Neuheiten. Ich bin mal wieder zurückgefallen. Schmackfreiburg. Nein, 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 nein. Das ist das 1-1. Trink, das ist die 2-1-2. Die Parade, aber Sie bekommen den Aperaller. Man hat die Verteilung. Ja, das Ding auch schneller und definitiv den Aperaller. Gut. Böse verloren da vorne. Zeigt uns zunächst die gute Verteidigung. Und dann kriegt die Verteidigung nicht auf den Griff. Und direkt hat er mein Ziel. Und das ist doch der 2-1. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüllt und der Ballistrick. Gebt ein Wurf. Ein Wurf. Meine Güte der Norwegen aber mit... jetzt einigen fehler der ist gerade ein bisschen verunsichert sie machen schon sehr früh druck dieser reich vom anderen spiel musste leider unterbrochen werden es gibt also einen treffer für den vf los und der neue spielstand freistoß für was kommt jetzt für eine entscheidung von ihr also die aktion für den für die spiel von den bayreuth sterner der weiß ja was kann keine möglichkeit war eine gute idee aber geht hier in die offensive der ist besser wieder jonas sterne mal in der liga gegen kiel hat er mal so ein ding versinkt frage freiburg ist nicht hier super freistoß was für die schade griffo wagner was den ballbesitz angeht haben die gastgeber vorteile aber beim ergebnis hapert ist das ist eine enttäuschung nur unentschieden der kriegt jetzt auch die höchstrafe wird jetzt nämlich ausgewechselt weil er hat wie gesagt das tor verursacht und dann mehrere dinge da leider zu sagen dafür würde mich rote kommen da suchen sie jetzt die lücke michael gregoritsch klasse zu spielen das ist wieder mal geil also nach dem und schilderung gerade raus gesagt dass sie sich raus ist gerade morgana mit laut roten platz ist natürlich dieser platz verweist da ist aus meiner sicht keine andere entscheidung möglich ich hatte spiel gerade ein bisschen zum gleiten das ist wieder der gegner ist zu freiburg alles richtig gemacht am ende fehlt das glück also noch mal morgana ist rot runter schilderung ausgewechselt weil er gerade mehrere sogar noch ist die lücke nicht da aber vielleicht vielleicht hat also nicht gereicht in dieser szene nachspielzeit wird angezeigt eine minute hause pausen pfiff das war es in dieser ersten spielhälfte hier im europapark stadion so ja 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 jetzt müssen wir gerade ein bisschen aufpassen dass wir hier nicht das zweite stelle in klein also losgehen wir leben zwei teams auf augenhöhe unentschieden bisher alles ausgeglichen ich lasse doch nicht dann laufen das ist doch nicht zum kotzen echt jetzt gibt es im gegner und elf meter dazu oder was da muss man noch mal machen für die der nächsten verteidiger freiburg hat den 11 können den führung geben hat griff aber sowas von präzise ich dachte ich habe ich dachte ich habe freiburg redet die partie und führt jetzt mit 21 vor dem unterzahl und jetzt müssen wir nämlich aufpassen jetzt aber vielleicht kann man noch mal was machen nein ein bisschen zu lange gezögert jetzt haben wir noch mal eine chance dann hole ich mir in der presse wird er schon über den möglichen wechsel berichtet buschi richtig aber wirklich fix bis da noch nichts da müssen wir einfach mal abwarten wie sich die dinge entwicklung müssen die kurze variante die flanke hatte eigentlich eigentlich gewechselt wird eigentlich auf x was passiert ein tor ist gefallen im studio gibt es sämtliche infos für sie wir haben hier den zweiten treffer für leipzig der neue spielstand ja wie kann man da auch ein bisschen daraus update waren abgeben jela staffelinis platz zum kontakt sehen immer noch gefährlich da lasst du den ball gut laufen das ist noch gefährlich also es wird jetzt nicht mehr viel passieren also wir müssen jetzt gerade ich schon nicht auf und wundere mich dass er den schilderhof nicht runtergenommen hat vom platz der müsste er hätte nämlich runter gehen müssen so kakuta lua rein so damit ich jetzt mal ein bisschen ruhe reinkriege dieser unglaublichen glanzparade weiter knapp hinten ich glaube wenn sie weiter so druck machen dann fällt hier irgendwann der ausgleich sterne und ausgerechnet das weil ich die mir gerade aussehen ich wollte laut 6 ich habe den weg zu schon reingehen wo er wird jetzt gleich kommen hier haben wir dieses tor noch mal in der wiederholen sterne schön gemacht nicht viel platz aber den wenigen nutzer und macht das sensationell so jetzt gibt es die doppel weg die 31 dreifach wechselt sogar vielleicht ist das noch mal die zahlzündung vielleicht kriegt der nur noch mal eine situation wo er sagt okay den machen wir doch mal und dann auf das da auf 32 zu stellen vielleicht das ding hier noch zu hause zu fahren irgendwie die dritten sieg in folge aber so im olympiastadion gibt es neuigkeiten das ist vielleicht jetzt noch mal gut nur wo das es gibt ja auch was er meinte 32 für bayreuth spiel geht dreht geben sie ja alles und jetzt haben sie die führung heute mal außen vor weil ich zu 100 prozent fit eigentlich ist das ding komplett aus der hand geglten mit glattrot vom platz morgala ein wiederholter platzverweis und so damit auch definitiv nicht mehr das werde ich noch nicht mehr lange angucken zwar yoga verteidiger aber gefühlt ist der oder sechste platzverweis mit der weise von hüttel und dann ist es gerne hat der junge jetzt der versuch noch passt dann habe ich auch bitte so schön sagt dass das nicht ist dass der da sind freierlei ich kann noch der war es nicht aus ein paar sie unterstützen wirken zu greco martin verhindert den späten ausgleich unglaubliche szene könnte konter geben guter pass jetzt weil jetzt aus niemanden ja der ball war schon im haus ist vor der richtung treiburg wechselt schmied raus küppler rein es gibt ein tor im spiel an der alten försterei im studio jetzt so ist das ding irgendwie verteidigen für dortmund der torschütze heißen nabil fekir mit einem distanzschuss hat es gemacht und ja ich glaube der war nicht zu halten der neue spielstand hat dann hat er dann rote gespielt sind 87 minuten danke vielmals für dieses interessante update so kosti nur eine minute noch nach spielzeit dann ist ihr schluss vielleicht der ausgleich gemacht und heute sie liefern sie bekommen die geteke wofür gibt es ja ein sieg geworden aber das ist wieder so ein sieg der zeigt die stark die freiburger wissen nicht warum sie verloren haben sie haben den besten sturm das haben wir heute auch auf dem rasen gesehen sie machen ein tor nach dem anderen und auch wenn er heute in der abwehr erstaunliche lücken waren am ende wird es der sieg und dann ist auch keiner unzufrieden jetzt gewonnen das ist natürlich fischer sie liegen vor fischer gregory dann gelbe peri ja ich wollte eigentlich wechseln also freiburg hat also freiburg hätte den sieg verdient gaben muss man einfach mal so sehen bayern hat gepasst das heißt wir haben zwei punkte jetzt vier punkte auf die bayern drei punkte in den freiburg wir haben die rechnung mit den jungs auf der zweite sieg gegen freiburg hintereinander wir bleiben damit auf platz drei stehen ja nur wenn unsere defensiv nicht mehr die ist halt jung deswegen wird dann nochmal nachgekauft so muss gucken in der winterpause das war definitiv nochmal eine eine und jetzt haben wir das nächste Duell gegen den fc bayern münchen wenn wir das ding gewinnen sind es nämlich nur noch ein pünktchen auf die bayern zuhause im heimspiel im derby gegen die münchner rb-wetter weltführer also dann würde die spitze sowas von eng zusammenrutschen dann hätte nämlich wenn er gewinnt 27 wir werden beide 25 dort und 25 die bayern sogar 26 also da wäre es richtig kuschelig eng die ersten vier und mit nur dann zweite drei punkte rückstand auseinander also das wäre eine ganz kuschelige situation wenn wir die bayern schlagen würden verlieren wir sind es sieben punkte dann sind wir erst mal raus aus der nummer wir sehen uns das spiel in der nächsten folge an morgen um 14 uhr wenn ihr bock drauf habt sehen wir uns dann wieder bis dahin tschüss so so Untertitelung des ZDF, 2020